Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr, aber ich weiß nicht, jetzt wurde er gespürt. Ich habe nur noch einmal, da hätte er nur nebenzu die Rocker-Geschichte gegeben. Ja, da hätte es noch gehört dazu, ja. Ja, und ich glaube, sagst du kurz ein bisschen anfangen, was mich da kommt. Nein, nein, ich kann das nicht. Ja, fuck, mir ist schon gut. Das kann man nicht, das ist ja beides, das ist ja nicht. Dafür können wir jetzt einen Like hier lassen. Jetzt bin ich um. Am Eiken. Am Eiken oder Am Eiken. Hey, was mache ich immer falsch? Es war bitte ein bisschen ruhig, ich werde mal aufnehmen. Das stinkt. Hey, was ist's los? So fühlt das eigentlich waschen. Ja, genau. Ja, genau. Und habe ich sicher den Vollsteffen. Genug für diese Map. Ich habe schon wieder den Woterscheiss bekommen. Scheissgeil. Was, ich gehe schlafen? Du kannst kimpeln. Ja. Du musst auch noch schauen, wenn sie scheiße sind. Nein, das ist auch... Das ist schwieriger als Dark Souls. Das ist schon nicht normal. Nein. Hex. Hex, Hex, Hex. Hex. Was wollte ich jetzt genau? Hex Card Clash. 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 Ouch. Boom. Hex Card Clash. Hex Card. Hex Card Clash. Aber das ist ja nicht genau das. Oh Gott. So. Oh Gott. Ehm. Ich glaube, dass es die Attacken gibt, sodass wir die Schilder erläutern können. Juhuuu! Ich merke den meisten, Alex. Ich bin halt immer mit R2 drauf losgegangen. Achtet, wem das Gefälder? Aber wir sind geschafft. Geh mir hin. Gib dir mehr Pizzeige. Ist doch krass, vielleicht. Nein, da hat einer ein Video aufgeladen, das 3 Minuten dauert. Ich weiss auch noch, was ich studiert habe. Kannst du ihn wieder löschen. Ich bin nicht gewiss, ich bin bereit zu sterben. Ist ja auch nicht. Das macht keinen Fehler, der H***. Seid der Fahrer. Ja, geh dir auf die Schnurren. Der braucht nicht H***. Seid ich auf. Geil, ist das ein Geil. Nein, das ist ja ein Scheiss. Geil, oder? Attacken? Geil, wie er auch immer. Geile Attacken ist das gewesen. Geil, oder? Jetzt bin ich wieder falsch. Ja, du siehst, du gehst in einem Oswett. Ja. Jetzt bin ich wieder geträumt. Er hat ein Schild auf dem Rücken, aber benutzt es nicht. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Nein, das mache ich. Jetzt benutzt es. Ja, jetzt habe ich schon wieder geträumt. Jetzt bin ich wieder falsch. Wenn ich alles eigentlich kommentiere, weiss es auch nicht. Nein. Wurde nicht. Ja. Aber der andere muss auch. Wer ist denn? Wer ist denn? Weiss es auch nicht. Der Krümi, der ist ja so ruhig. Ist wieder ein Manager. Aha, was? Hex. Was musst du machen? Geil. Oh, cool. Aha. Er hat die Zeit. Er hat die Zeit. Er hat die Zeit. Spiele würde ich auch noch gerne spielen, aber ich wusste es einfach nicht. Das ist dann 20 Minuten. Wir können starten. Ich habe mal Hearthstone gespielt. Das Zeit lang. Ich habe es auch manchmal aufeinander gegangen. Irgendwie hat es mich gleich nie. Nein, also korte Spiele. Ich bin ja sowieso. Ich weiss auch nicht, wieso. So, hier sollte es jetzt einen Schatz zu haben. Aber boom. Wo? Es läuft. Du bist ja ein Fox-Bett. Kann die etwas? Nehmen wir ein Fox-Bett-Bett. Jetzt denkt der grösste Scheiss. Was ist denn was? Braucht das auch lange zum Laden dran? Ja. Wenn ich ein Rücken hier drüber. Das fahrt schon gut an. Das sollte ich jetzt mit meinen Skills herbringen. Ja, dann. Guten Morgen, Marie. Ja, so ist ihr auch gut. J-Pen Studio. J-Pen Studio. Ich habe J-Pen Studio. Eine gute Wahl. Das sah gut ausgesehen. Wer lässt? Ja, lässt, ja. Schon runtergegangen? Ja, nein, die Inga verstanden konnte. Ich hab's sicher schon dumm. Nein, wenn du spielst. Wenn du den jüngsten nicht spielst. Ja, für die Monate. Ja, im Monat hast du nicht drückt. Ah, nein, oder? Ah ja, morgen bist du rum, am Morgen. Sollte, ja. Du musst ja nur... Wo kommt ein Pöstler? Elf hier oben? Ich weiss, ich bin auch nicht genau, wo immer. Du hast einfach alle Stunden vom Nini weg rausgegangen. Na verpassen, dann gleich. Ja, eben. Das ist immer so. Ja, vielleicht... Ich meine, irgendeiner hätte ja auch schon einmal Päckchen auf den Brief gekostet, oder? Ja. Ja, es kommt immer drauf ab. Ja, wer es ist. Ich will ein Pöstler, das es ist. Nein, Pöstler tun wir sogar Päckchen für die Austüren. Ich frage mich nicht, ob er mich kennen, wo ich wohne. Wenn es nur eine wäre, oder? Ja. Vielleicht ist es auch eine? Ja. Vielleicht ist es auch eine? Nachbauerin. Also wenn du plötzlich so ein Parfum schmeckst und Lippen abgedrückt hast, von Lippen ist das, dann... Weisst du? Ich glaube, die kommen sogar nach der Zwölfe. Pösteln? Ja. Die kommen verdammt spät. Ja. Nein. Ich glaube, manchmal kommen die Päckchen vielleicht nicht vom Pösteln. Manchmal kommen sie auch noch von jemand anderem. Ja, aber wenn ich von... ...von X3 Brief... Ich weiss es nicht. Das finde ich auch nicht. Ja, ich habe jetzt das Vorderen gemobbt. Ich habe sonst... Gar nicht auf Karte gespielt. Ja, wenn es sie gesehen ist, ist es dann... Und wenn nicht, ja, es war auch Pech. Ja, pack. Das kannst du immer noch holen. Ich meine, morgen werde ich eh nicht so lange dort sein. Oder du kannst einfach, wenn du einen Zettel hast, kannst du den... Gerade zu dir gehen? Ich meine, dann ja bis hin. Ja, bei halb 11 wieder so. Boah, eine soere Lautspiel, ich gehöre nicht. Also am Samstag haben sie bis mal 11 aufgefahren. Aber ich meine, jetzt... ...Mäntag zum Beispiel oder am Abend... Voll schnell wieder zurück. Oh nein, Kassengift, Leute. Kassetier, wo Gift mache ich. Soll ich das jetzt machen, wie? Oh, mach an! Ah, daneben tue ich. Nein, nicht so. So auch nicht. So sicher auch nicht. So sicher auch nicht. Ja, jetzt kann ich es wieder nicht. Hä! Dämme nochmal! Ja! Du hast ja mal viel Geduld, ich hätte es schon lange aufgehört. Du hast ja mehr. Natürlich muss ich alle Knöpfe drücken oder was soll das? Was? Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Komm, lass mich jetzt den Wolf. Nein, Wolf. Lass mich jetzt... ...dich lass die Zähne bieten. Ich überlebe jetzt zwar eh nicht lange, aber... ...ist gleich geil, dass du die bist. Nein, nicht überspringen. Ich drücke doch gleich hinterher. Du kannst ja nicht mehr leben, du kannst nicht mehr leben. Ja, das ist nicht mehr da! Der kommt da hinten an, was ist das für ein Blut! Boah, Madeleine, hey! Du gehörst? Ah! Ja! Was muss ich jetzt tun? Spezielle Grafik. Was für eine Grafik? Speziell. Hat der Glass Garden immer noch gesehen? Und ist jeder auf der Kalupe. Was muss ich mir merken? Ich schaffe nicht mal den Anfang. Ich will... Schatz? Das ist ja gerne über Japanisch. Doch, ich muss durchgekommen. Nicht. So, wie geht das jetzt? Nein, 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 nein! Rett dich! Rett dich! Ja, das geht nicht. Das ist ja so. Cool. Ja, ich will nicht mehr. Mike kann hier fahren fahren. Wieso? Ich will ein iPad. Nein! 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 Ah, ich komme... Das macht wieder nicht mehr das, was ich... Ja, das schlägt doch den Grinder dort. Das ist auch mal ein Helm an. Das machst du auch mal verleidert und doppelt. Das kann sehr sein. Nein! Wie geht das doch recuerden? Wie ist das denn? Nein, das gehört papa... Wenn ich mich Oláwloadberle... Jetzt sollte man umschauen, wie das funktioniert. Hey, wie vergriffe ich die Erne ein? Die ist eurer Seite. Können sie auf mich hören? Wer auflässt? Es gibt eine Rache. Wie hat das funktioniert? Ich mach doch da aus, genau gleich bevor er jetzt... Jetzt sollte man auf dem Gas bleiben. 135 Versicherungen sind immer am Start. Ja, ja! Nein! Komm mal auf die Flucht! Ah, verdammt! Ah, das ist schon fest. Das ist schon fest. Ich muss jetzt ein bisschen fragen. Nein, nicht so! Ich drücke den Falschknoppe. Wo hast du denn das gesehen? Auf der Flucht, auf der Seite! Nein, ja! Es braucht auch einen Knopf einfach zu viel. Darum tricke ich ihn noch immer. Auch wenn ich nicht sitze. Drugsetzen, Knopf! Nein! Ja, schau dir, lass es sehen. Ich gebe es auf. Das bringt nichts. Das bringt nichts refres Kunden. Ich bin Återst. Es steht auf. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.